Moin Leute, ich bin dabei, unser altes Haus im Selbstbau und mit vermutlich relativ ungewöhnlichen Methoden Energie zu sparen und das mit begrenzten finanziellen Mitteln. Das Haus wurde so um die 1970 gebaut, wir leben hier zu viert und ein ganz wichtiges Element bei meinem Unbau ist das Heizen mit Klimaanlagen, denn diese sind einfach nur effiziente Luft-Luftwärmepumpen und bieten in meinem Fall einige Vorteile, zum Beispiel sind sie bei mir deutlich billiger. Wir haben aber auch noch eine alte Ölheizung und im Zweifel auch noch einen Kamin. Da stellt sich natürlich die Frage, wann ist welche Heizung eigentlich am sinnvollsten bzw. bei welcher Temperatur schalte ich welche Heizung ein, um am meisten Geld zu sparen und wie ökologisch ist das Ganze dann? Und das ist jetzt die erste Frage, die wir klären müssen. Das ist eigentlich ganz einfach, denn Wärmepumpen, egal welcher Bauart, pumpen die Wärme der Außenluft oder aus der Erde, wie auch immer sozusagen in den Innenraum. Deswegen sind die so extrem effizient und können quasi Wirkungsgrade größer 100% erreichen, naja zumindest umgangssprachlich gesagt. Die erwärmen quasi nichts direkt, sondern die pumpen wirklich die Wärme der Außenluft nach innen. Und das geht auch, wenn es draußen kälter ist als innen, das ist ja der Witz an der Sache. Das können die Teile, aber umso effizienter, je wärmer es draußen ist. Zieht euch zum Beispiel dieses Bild hier rein. Das ist die Leistungskurve meiner Klimaanlage, ja. Die zu bestimmen war relativ kompliziert, aber solche Computermodelle von physikalischen Zusammenhängen sind tatsächlich mein täglich Brot. Deswegen ging das ganz gut. Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen. Ihr seht links auf der vertikalen Achse die sogenannte Leistungszahl, ja. Die beschreibt, wie viel mehr Wärmeenergie ich zum eingesetzten Strom erhalte. Also bei einer Leistungszahl von 4 zum Beispiel würde ich 1 Kilowattstunde Strom reinstecken und würde 4 Kilowattstunden Wärmeenergie damit nach innen pumpen. Also das ist echt cool, mega effizient. Unten auf der horizontalen Achse seht ihr dann die Außentemperatur, ja. Also könnt ihr erkennen, dass die Leistungszahl mit tieferer Außentemperatur auch fällt. Also ganz einfach gesagt, je mehr die reinpumpen muss, desto schwerer hat es die Mühle quasi, ja. Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Okay, das klingt aber auch ein bisschen scheiße, denn eine Heizung, die bei sinkender Temperatur immer ineffizienter wird, klingt irgendwie nicht cool. Aber genau darum geht es heute. So ist es halt, ne. So ist die Physik dahinter. Und bei welcher Temperatur ist es mit meiner Wärmepumpe am sinnvollsten umzuschalten auf meine alte Ölheizung? Und wie viel bringt mir das dann im Vergleich zur Fossilen und zwar finanziell und ökologisch? Ja, um diese Frage zu beantworten, findet ihr auf unserer Seite einen kostenlosen Rechner für Wärmepumpen. Stefan Holzeu hat den entwickelt und wir sind momentan dabei, den Rechner um einige Funktionen zu erweitern, dazu aber gleich noch mehr. Da starten wir erstmal mit meiner Anlage, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also ich will das euch einmal exemplarisch vormachen, damit ihr es nachmachen könnt für euren Fall. Als erstes stellen wir die Heizgrenze an, also ab welcher Temperatur ihr anfangt zu heizen. So 15 Grad ist, glaube ich, für die meisten tatsächlich ganz passend, aber das wisst ihr vielleicht selber am besten. Danach stellt ihr die sogenannte Heizkurve ein, denn je kälter es wird, desto höher muss die Vorlauftemperatur sein, also quasi die Temperatur, die in der Heizung vorherrscht oder die die rausschickt sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Typische Werte für die Heizkurve sehen so aus. Ich lasse es jetzt mal bei den Standardwerten und unten seht ihr dann, wie sich die Temperatur verteilt. Das gilt hier jetzt tatsächlich für Brandenburg und lässt sich momentan noch nicht ändern. Das werden wir aber bald variabel machen. Das ist eins der Dinge, an denen wir momentan arbeiten. Trotzdem hilft es, glaube ich, ganz gut. Gucken wir es uns einfach mal an. Auf der horizontalen Achse seht ihr die Außentemperatur und der jeweils dazugehörige Balken beschreibt, wie oft das vorkommt im Jahr. Also ihr seht irgendwie, wenn der Walten groß ist, bei zum Beispiel 0 Grad, heißt es, dass 0 Grad einfach super häufig vorkommen im Jahr, was ja auch so in der Regel so stimmt. Also zumindest im Winter. Ihr seht aber auch, dass wirklich tiefe Temperaturen wirklich super selten sind. Das ist natürlich standortabhängig, aber grundsätzlich sind sehr tiefe Temperaturen immer sehr selten. Denn ich zum Beispiel bekomme immer wieder die Frage, was machst du bei minus 15 Grad? Und ich denke mir, ja, also das kommt einfach super selten vor. Und wenn ich den einen Tag, wo das mal wirklich sein sollte, dann die Ölheizung anschalte, dann macht das eigentlich überhaupt nichts aus für die Gesamtbilanz. Aber das seht ihr jetzt auch. Dann stellt ihr die Heizlast ein. Also wie viel Power braucht eure Heizung bei 0 Grad Celsius? Ihr könnt aber auch, wenn ihr das zum Beispiel nicht direkt wisst, einfach den Regler so lange ändern, bis die Gesamtzahl ungefähr zu eurer Heizung passt. Ich habe es jetzt hier auf 6 Kilowatt eingestellt. Das müsste so ungefähr mit dem Verbrauch unserer Ölheizung zusammenkommen. Wobei wir mit dem Klimas wirklich deutlich weniger verbrauchen, da wir punktueller heizen und nicht so permanent durchheizen, wie wir es mit der Ölheizung machen würden. Aber okay, ist ein anderes Thema. Lassen wir es so. Als nächstes wählt ihr dann eure Wärmepumpe aus oder die, die am besten zu eurer passt. Ihr findet hier auch die Messung meiner Klimasplitanlage tatsächlich, falls ihr sowas haben solltet. Wobei die, die jetzt hier einbezogen sind, eher schlecht sind. Die haben eher so einen Scope um die 4 bis 4,6. Danach könnt ihr einstellen, ab wann ihr quasi umschaltet. Also ab welcher Leistungszahl ihr dann auf die Ölheizung wechselt. Und das hängt natürlich auch direkt von der Temperatur ab. Und man kann das auch umrechnen und das zeige ich euch auch gleich. Ich zeige euch auch gleich für verschiedene Leistungszahlen, wie gut das Ganze dann wirklich ist. Denn es ändert sich, nachdem wann ich umschalte. Ich habe das schon ausprobiert und weiß jetzt, der Wert 2,1 ist bei mir am besten. Deswegen stelle ich den jetzt hier einfach mal ein. Im nächsten Schritt könnt ihr dann eine einfache PV-Anlage einstellen. Also bei mir zum Beispiel dann ungefähr 11 Kilowatt Peak, 0 Grad Neigung und grob 2.900 Kilowatt an Hausstrom. Also den wir quasi einfach so verbrauchen, ohne die Wärmepumpe im Jahr. Und dann geht es auch schon zu den Ergebnissen. Ihr müsst noch dann den Strom- bzw. den Gaspreis einstellen, den ihr aktuell habt. Oder wie auch immer, welcher euch interessiert. Ich habe mal die Mittelwerte aus 2022 genommen. Da die Preise aber alle mehr oder weniger aneinander gekoppelt sind, ist der Einfluss auf längere Sicht tatsächlich nicht so groß. Also die Differenz oder der Quotient zwischen den beiden ist immer relativ ähnlich. Ich habe eine Öl-Niedertemperaturheizung. Das stelle ich dann ein. Und für meinen eingespeisten Strom bekomme ich 6 Cent. Und die trage ich auch noch ein. Jetzt haben wir das Ergebnis. Also schauen wir uns das mal genauer an. Okay, vergleichen wir mal mit meinen gemessenen Daten. Also wirklich mit den Daten, die ich hier habe. Und bei uns war das so grob. Also wenn ich nur die Ölheizung verwende, dann komme ich auf ungefähr 3780 Euro Heizkosten an Öl. Beziehungsweise 2037 Euro, wenn ich die Klimaanlagen plus das Brauchwasser über die Ölheizung weiterhin mache. Der Rechner hier spuckt 3826 Euro aus, wenn ich eine rein fossile Heizung hätte. Also quasi, wenn ich nur die Ölheizung verwenden würde. Und 2040 Euro, wenn ich eine Hybridheizung hätte. Wobei Hybrid nicht so ganz stimmt, denn wir machen ja unser warmes Wasser damit. Das ist natürlich auch irgendwie Hybrid. Aber wir schalten die Heizung momentan nicht um. Momentan heizen wir wirklich mit der Klimaanlage durch. Das wird sich aber ab jetzt vermutlich ändern, denn ich habe ja jetzt nur Erbschätzung, ab wann das sinnvoll ist. Ja, ihr seht, die Ergebnisse passen erstaunlich gut. Das mag, denke ich, auch ein bisschen Zufall sein. Also das ist jetzt schon ein bisschen zu krass, also zu nah da dran. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Es beruhigt mich aber erst mal, dass wir in der richtigen Größenordnung unterwegs sind. Ich meine, das kann auch sein, dass es sehr nah dran ist, weil die Messungen der Klimaanlagen, die ich habe, die sind ja auch von mir. Das heißt, das müsste tatsächlich nah dran sein. Aber so exakt hätte ich es nicht erwartet, muss ich zugeben. Okay, was auch krass ist, ist, dass die Hybridheizung, also das Umschalten bei ca. minus 5 Grad auf Öl günstiger ist als die reine Wärmepumpe und dass die rein fossile Heizung am teuersten ist. Also das ist jetzt nicht mega überraschend, aber dass das mit dem Umschalten Sinn macht, fand ich schon interessant. Was ich auch spannend fand an dem Ergebnis, ist auch die CO2-Bilanz. Die ist bei der hybriden Lösung, also tatsächlich, wenn ich auch noch die Ölheizung mitverwende, und der reinen Wärmepumpe fast gleich. Also das fand ich auch spannend. Und je nach aktuellem Strommix mag die Hybridlösung sogar unter Umständen ein bisschen besser sein. Also sie bewegen sich in einer sehr, sehr ähnlichen Größenordnung. Aber auch das ist schon eigentlich eine spannende Sache. Das heißt, ich fahre hier gar nicht so schlecht, wenn ich beides benutze und zwar in einem guten Punkt. Ja, wann soll ich jetzt genau eigentlich umschalten? Die Frage habe ich bisher noch nicht so richtig beantwortet. Ich habe irgendwie gesagt, Leistungszahl 2,1. Was heißt das jetzt? Ich habe dafür mal verschiedene Umschaltwerte ausprobiert. Also ihr seht jetzt hier diese X-Achse. Da ist die Umschalttemperatur. Also auf welcher Außentemperatur ich von Wärmepumpe auf Öl umschalte. Und auf der Y-Achse seht ihr dann die Betriebskosten in Euro. Das kommt alles aus diesem Wärmepumpenrechner. So könnt ihr genauso nachmachen. Wenn ihr das macht, dann bekommt ihr die verschiedenen Einsparungen in Euro raus für die Hybridheizung. Und ich habe das mal für alle möglichen Leistungszahlen durchprobiert. Und ihr seht das Ergebnis. Bei circa 1,9 bis 2,1 Leistungszahl oder bei minus 5 Grad Celsius analog sollte ich umschalten. Also ungefähr. Es muss nicht 100% exakt sein, aber so habt ihr eine Hausnummer, wo ihr sinnvoll umschalten könnt. Ach ja, und oftmals wird gesagt, wenn Öl und Strom zum Beispiel einen Preisunterschied vom Faktor 2 haben, dann muss ich bei einer Leistungszahl von 2 umschalten. Und das ist einfach so nicht richtig. Da kommen einfach noch viel mehr Faktoren rein. Das ist ein bisschen zu einfach. Und ihr könnt hier sehen, ich habe jetzt so ein, also zwischen Öl und dem Strom habe ich einen preislichen Unterschied. Also einen Faktor von 2,53. Und die optimale Leistungszahl liegt aber bei 2,1. Und schauen wir uns nochmal an, wo wir da mit der Faustformel lägen. Also bei einem Kopf, wenn ich das jetzt sagen würde, ungefähr Preisquotient ist gleich der Leistungszahl. Da müsste ich irgendwie bei 2,5 gucken. Und da sehe ich, ich bin schon außerhalb des optimalen Umschaltpunkts. Also sogar weit außerhalb. Deswegen rate ich persönlich immer sehr zur Vorsicht bei solchen Faustformeln. Egal, ob es jetzt hier ist oder bei Akkus und so weiter. In der Regel taugen die echt wenig. Also da musst du wirklich ein bisschen aufpassen. Ja, Fazit. Nick und ich werden den Wärmepumpenrechner noch weiterentwickeln, damit ihr den für unterschiedliche Standorte und auch mit eurer Solaranlage nutzen könnt. Also mit unserem Solarrechner. Da habt ihr es wirklich richtig genau. Und wie immer machen wir das in unserer Freizeit. Wir verlangen kein Geld dafür. Und nein, niemand bezahlt uns. Und deswegen kann das halt noch ein bisschen dauern. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt nicht unendlich viel Zeit für sowas. Aber wir haben Bock und wir machen das. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne unterstützen. Finanziell oder auch mit Arbeit. Wie ihr Lust habt, meldet euch einfach. Ach ja, und die von mir gezeigte Leistungskurve und die im Rechner sind etwas anders. Beim Rechner haben wir noch eine einfache lineare Funktion genommen, die unten irgendwann abgeschnitten wird. Das liegt einfach daran, dass ich im Nachgang die Kurve nochmal ein bisschen besser fitten konnte, da ich eine schönere Ansatzfunktion gefunden habe. Der Unterschied wird aber, wie gesagt, nicht sehr groß sein. Und ansonsten vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Stefan Holzeu, der uns erlaubt hat, erstmal diesen Rechner so zu verwenden. Ich denke, da wird vielen von euch bereits eine erste gute Einordnung geben. Und bald kommt dann noch die erweiterte Version. Also lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.